Das sind die Regeln zum Arsch-Krapschen der Kollegin. Und attention, you shall not grab your colleagues ass or you will send to hell. Okay, so oder ähnliches. Oh, warte, hier steht noch klein, or to space and you got mutated in a fucking alien shit piece of shit. Alien shit, in alien shit, wie sieht alien shit aus? Ist das so grünlich oder wie darf man sich das vorstellen? Das negativ von Scheiße. Ey, oh, ich hab Angst, Alter. Kommt jetzt wieder mal. Ja, aber guck mal das. Action! Ein Hund! Was sind das eigentlich wirklich? Oh my god! Der Hund war halb so schlimm. Naja, deswegen ist es noch so halt so schlimm. Lebt es noch? Stomp Style! Stomp Style, ja. Da hinten ist doch... Äh, er schreit immer noch was rum, ich hör es immer noch. Da! Wieso, hat er dich geschossen? Nein. Da ist noch einer hinter dir! Down. Down here in the pond. Stop. Fick dich! Spucker. Ah! Oh fuck! Explosionsteil. Warte. Chineser, fick dich! Au. Was ist das? Was ist das? Centos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wieder herstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Ah, okay. Versteht das? Ah, die Stromzufuhr wieder herstellen. Ja, genau. Hm, hatten wir das nicht schon mal? Ne, ne, ne. Ah, ja, ja, ähnlich. Ja, ja, schon. Ah! Ne Bank! Wir müssen schnell zur Bank, weil... Bottas sammeln und so. Ja, genau. Und Zeug einlagern. Was ist? Ne, geht natürlich ja nicht. Ah, Bullshit. Ähm... Ja, ne, wo müssen wir hin? In eine von den offenen Türen. Entweder hier rechts... So. ...oder hier unten. Ich hab nachgeschaut. Da unten. Ah, okay. Aber ich muss sowieso noch hier das Zeug aufnehmen, das ich immer vergesse. Ich mit meinem Indianeranzug mit dem Pelz drauf. Indianer. Deswegen bist du auch wahrscheinlich Zeuge, weil du Indianer bist. Jehovis. Indianer sind auch im Jahr 2200... Wie viel ist es? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht 3000. Wie Prey. Kennst du Prey? Ne. Das ist so ein komischer... Auch so ein Alien-Shooter-Spiel mit Indianer. Sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Ja, auf jeden Fall sind auch Indianer immer noch benachteiligt im Jahr 2500 irgendwas. Ja, geh du die Leiter, ich lauf die Treppe. Okay. Nein, das war ein Witz. Komm auch hier durch. Wo ist hier nicht? Weil, äh, hier ist ein Lift. Ja, warte mal. Ich glaub da ist einfach Zeug. Komm auch runter. Äh, ja. Wär nicht nötig gewesen. Oder doch? Das Zeug muss ich ja selbst ändern. Ah, ja stimmt. Stimmt. Ah, und sowieso, wir hätten da runter müssen. Da ist ein Generator. Generator. So. Oh mein Gott. Ich glaub das kommt nicht gut. Jetzt könnten wir theoretisch zu Dings, nicht? Zur? Äh, oh, 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 oh. Fick dich. Ja, Spucker. Dummer Wichser. Stirb. Nicht vergessen, Stase nutzen. Ja, voll. Das ist eine der Spezialitäten. Nice. Schaut. Stimmt, ich hab ja voll die heftige Spitze auf meinem, äh, ich hab ja glaub ne Spitze, die du nicht hast. Ja? Ja, ich glaub ich hab eben eine. Wollen wir nicht schnell zur Werkbank das ganze Zeug mal einlagern? Nein, das wär irgendwie nicht mehr richtig. Du sagst es, Kumpel. Ah, fuck. Wir können nicht mehr zurück. Nein! Energiestörung? Ja, Energiestörung. Keine Ahnung was das soll. Wollen wir uns doch hier verarschen, oder? Ah, warte, mal was ganz neues. Lichtfahren? Du weißt, ich liebe es. Oh, angekommen. Flingfling. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich hab den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Eine Minute. Also diese Frau, die da spricht, ist das immer noch seine Ex? Nein, das ist jetzt die andere, die schwarze da. Ah, okay. Oh, oh, oh. Erstmal hier Leichen töten. Man weiß nie, ob sie wirklich tot sind. Ja. Zeug aufsammeln. Da stimme ich dir zu. Gibt's irgendwo Stase-Energie? Stase-Energie? Stase-Station. Es wär eigentlich noch praktisch, sich mal aufzuladen. Ey, warte, das ist ein... Ja, eben, das ist auch Mission. Man kann auch seine Hand benutzen. Ah. Was? Was? Benutze, um den Strom zwischen Systemen auszugleichen. Ah, ich verstehe. Oh, oh. Was ist? Ich bewachte dich schon. Na, du musst schauen, dass es nicht überlastet. Ach du Scheiße. Ja, siehst du, jetzt heißt die CPU überlastet. Ah, okay. Zu viel, okay, der braucht viel zu viel. Ja, der ist 90, siehst du nicht die Zahlen da? Ja, ich seh sie, aber es ist trotzdem... Ah? Was soll ich denn noch wechseln hier? Ne, dann überla... Ne, warte, das könnte... Ne, das ist zu viel. Okay. Den 45... Nein, falsch. Nein, ich muss noch einen rüber bewegen, am besten den hier da unten. Nein. Äh... Was meinst du? Was machst du denn? Ich checke gar nicht, wie genau du das machen musst. Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oder auch nicht. Doch, doch. Oder auch nicht. Doch, jetzt mach noch einen 45er. Jetzt. Hä? 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 Hart. Boah, scheiße. Das war... Ah, ich weiß, wer das war. Weißt du, wer das war? Ne. Das war der Typ, der uns erschossen hatte in der ersten Mission, sag ich. Würde ich meinen. In der ersten Mission? In der allerersten Mission hat uns ja ein Typ erschossen. Die allererste Mission im Schnee. Ja. Ja. Der Typ, der Kernel am Schluss. Ja. Der erst uns dann sich selbst erschossen hat. Aha, ja. Oh, oh. Großer Raum. Das gefällt mir nicht. Ja, alter, weiß wo wir sind. Trotzdem. Nicht gut. Oh, scheiße. Exploder. Ich hab irgendwo einen Explo... Uaaaah. Ich hab's doch gewusst. Ja, mich auch. Hm. Ne, ich hab... Ich hab noch was. Scheiß beschissener Spucker. Ich hab mich geduckt, dann hat er mich nicht getroffen. So duckt er sich. Wieso duckt er sich? Wie kann ich mich... Du machst Spaß. So. Ah, endlich können wir... Gehen wir mal... Ah, ne, die Bank. Die Bank. Die Bank abchecken hier. So. Aktivieren. Ja. Okay. Bench. 2000. Militärantrieb, Militärantrieb. Wow. Zurück. Schaden, Schaden. Und der Bock ist zurück. Feuerrat und Schaden. Schaden. Ein Clip. Okay. 35 Wolfram. Nicht schlecht. Ich krieg nur 4. Was soll der Scheiß? Alter. Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht... Was hab ich denn hier unten dran? Ah, den... Äh, den... Dreh... Das Drehteil. Stimmt. Hä? Hä? Wir haben so viele Chips. Das ist unglaublich. Hauptsache Schaden. Ja, Hauptsache Schaden. Das ist das wichtigste Schaden. Kann ich da... Ne, da hab ich schon abgegradet. Das Ding ist schon heftig. Meine Schrotflinte ist... Geil. Ich weiß gar nicht... Und meine MP ist jetzt auch schon fast durchgeskillt. Ich hab ne Elite Plasma. Ah, stimmt. Ich hab die Elite Plasma. Ey. Alter, guck mal wie viel Damage meine Schrotflinte macht. Ah, das macht sie schon seit Ewigkeiten bei mir. Ah, okay. Ja, easy. Guck. Ne, warte. Und... Stimmt das... Ja, und bei mir ist das untere Tool. Wow. Und ich habe diese Diffraktions... Ich hab den Diffraktionsring. Das hast du eben nicht. So wie ich das weiß. So weit ich weiß. Was ist denn Diffraktionsring? Das hab ich mal... Das hast du eben mal aus Versehen nicht aufgesammelt. Aber wir sammeln doch immer alles für beide auf, sowieso. Dann weiß ich auch nicht, wieso es tut. Alter Schwede. Ich habe jetzt alles in einem Ding gebaut. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ah, ich habe alles hier reingebaut. Warte. Guck dir mal zu. Ich nehm mich Wunder. Ich glaub, die fetzt schon und schön. Ja, ich glaub schon. Jo. Jo. Hallo. Also, ich... Ah, wir sollten uns mal heilen. Hab ich gemerkt. Heilen? Weil wir wahrscheinlich aufge... Äh, ne. Ja, du bist auf gelb. Ja, voll easy. Ich hab genug Dings. Äh, Stase Pack. Ich mach mir noch so ne Stange. Ich hab auch noch eine dabei. Äh, soll ich dann... In diesem Fall... Darum hast du weniger Wolfram. Weil das du... Ah, weil ich zwei gebaut habe, glaub ich. Ja. Aber trotzdem, jetzt hat meiner nur vier gefunden. Und deiner 34. Ja. Ist voll unfair. Äh, was wollen wir? So. Schauen, wo das weitergeht. Da lang geht's. So, und den Bot wieder absetzen. Ja, hab ich auch schon gemacht. Sicher klaust mir wieder alles weg. So. Oh, da war noch was. Okay. Mal probieren. Ich auch ohne meine... Oh, sch. Wie sieht's denn hier aus? Ist ja grusig. 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 Krusig. Kausig. In Bearbeitung. Oh, 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 oh. Oh no, da setze ich, da hole ich mir die Schuldflinze, eindeutig. Links! Was, was links, links, links? Wo links? Ich höre links irgendwo, was. Ja! Booker! Wo? Er kam, um, 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 oben! Scheiß Hund! Ta-Town! Down, er ist down! Er ist town? Er ist town! Wo ist er? Oh nein, da! Ich seh nix! Bin verwirrt! Ist auch blind! Ich seh den wirklich nicht! Ab, an der Decke oben, war's das schon? Was sind das eigentlich für Dinger hier? Das sind Disketten der Zukunft. Ja, so, Floppidisc, gut so. Floppidisc, kleine. Kleine Floppidiscs. Hm, was sie wohl hier analysiert haben? Die Necromancer, nein, die sind ja schon, glaub ich, angrechnet. Necromorpha. Necromancer ist was anderes. Aber... So! Sieht noch interessant aus. Jo... Ja, hier haben wir einen Lift. Ein Lift, ein Lift. Oh, wunderwunderwunder. Zwei, zwei Kisten, zu denen ich nicht hinkomme. Ah, warte aber noch, bevor wir da hingehen. Ich hab noch eine andere Tür hier gesehen. Da hinten ist noch eine Tür, nicht? Oder meine ich das nicht? Da hinten. Ja. Wie ist das? Naja, das ist keine Tür. Nein, das ist nur eine nicht! Ah, hier ist ein Artefakt gewesen. Ah. Gut versteckt? Naja, so gut auch nicht. Also, dann können wir runter von mir jetzt. So. Das ist wieder so komisch. Oh, das erste Mal, das... Kommt bei die Musik. Oh my god, oh my god, oh my god! Necromancer. Oh, tot. So. Ich muss mich noch sehr daran gewöhnen, wieder. An was? An das Spiel selber. Echt? Ja. Kann man die aufmachen? Ist das jetzt wieder in der Säule? Ne. Oh. Biohazard. Oh, 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 oh! Was ist das? Da hinten kommt er. Ja. Yeah, hier kommt's nicht durch. Ah, warte mal, ich probier mal meine andere Waffe aus. Zu spät. Ja, eindeutig zu spät. Ah, ist schon gewechselt. Kann ja mal gleich hier am Boden zerfetzen. Ah, warte. Hehehehe. Oh. Bin ich in dich reingegangen. Oh, ins Knie! In den E! Arrow to den E! Arrow to die... Wär geil, wenn man noch so ne beschissen Armbrust hätte. Armbrust. Armbrust. What the fuck! Alter, Hilfe! Alter Schwede! Was soll der Scheiß? Der ist nicht tot! Was, der ist nicht tot? Doch, 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 doch. Alter. Ich hasse, wenn du dran kommst und der sich noch bewegt. Bin hier. Das ist so eine Katastrophe, man. Ja, logisch. Aber, dass der jetzt in so einen kleinen Raum gekommen ist? Ja, das war... Das ist der Schockmoment, der steigt. Ja, ja. Schon klar. Habe ich das Gefühl? Ah! Ah! Gehirnfresser! Headcrabs! Headcrabs! Ah! Du hast einen auf dich. Ich hatte einen an Bord. An Bord. So, zum Glück nehme ich jetzt so automatisch Munition auf. Ammunition. Ja. Geh mal schnell an die Bank. Ah, hier kann man was machen. Warte, ich könnte irgendwas noch... Ich bin ja was am Bewegen. Ja, ist okay. Mach das mal. Stase-Hilfe. Ah, das ist nicht schlecht. Zielfernrohr. Machen wir das doch mal. Auch wenn es unnötig ist. Ja, mach es hier auf. Okay. Könnte ich mal heilen. Aber heilen solltest du dich. Dein Ding ist jetzt mal am Blinken. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Was ist am Blinken? Nein. Nein. Ich will auch so einen geilen Aufsatz wie du, Mann. Motherfucker. Wieso liegt hier eine Leiche? Ah, das ist einfach eine Leiche. Welchen Aufsatz wie ich? Ah, den D-Fragmentier die D-D. Der ist doch eh hart, oder? Ja, ich kann... Ja. Äh. Wieso benutzt du den nicht so viel? Oh Gott. Oh ja. Warte, hier kann man... Das erinnert mich ein bisschen an Fallout irgendwie jetzt grad. Ja, Tesla Zeug. Ja, schon. Hat was. Ups. Du... Du kannst auch mal wieder deine Hand benutzen, oder nicht? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Oh, nee. Gravitations... Komm, okay. Ich renne mal einfach hier rüber. Elektrische... Aufladen. Einen Aufsatz wahrscheinlich. Ja. Oh Gott. Elektrische Aufladen. Oh, das wird lustig, sag ich. Oh, 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 oh. Das ist... Tödlich. Wo müssen wir denn durch? Schmeißt du's? Übersehen wir was? Das hier vielleicht? Muss man da was holen? Ah. Warte. Hä? Hä? Fuck. Wir sind hier schon richtig? Ah. Vielleicht hier. Was hast du denn da gemacht? Ich hab's schon abgespielt, da. Ja. Ja, das ist schon klar. Was muss man hier wieder machen, bitte? Keine Ahnung. Ah. Nein. Irgendwas muss man hier machen. Jetzt zeigt's in die Richtung. Okay. Jetzt? Kann man da rüber steigen. Hey, komm, rennen wir gegen die Wand. Rennen wir gegen die Wand. Okay. Hm, strange. Sehr strange. Bist du erschrocken? Ja. Bist du erschrocken? Wie immer. Warte, müssen wir vielleicht hier entlang irgendwie? Wir müssen da irgendwas machen, ohne Scheiß. Wir müssen irgendwas da machen. Hat doch sicher mit der Nachricht zu tun. Hat doch sicher mit der Nachricht zu tun. So, okay. Ich komm wieder zurück. Jetzt bin ich wieder... Ah, warte mal! Ne, ich hab den Pfeil auch schon gesehen, aber... Hä? Ne, es führt mich zu dieser Maschine, wo wir die Nachricht gespielt haben. Ja. Was kann man... Hier kann man ja irgendwas machen. Ja, so hab ich's eingeschaltet irgendwie. Schieß mal drauf. Keine Ahnung. Das war wieder so ne tolle... Ich liess mal... Ich guck mal schnell, ob ich was drüber lesen kann. Ja, das wär echt... Noch von Vorteil... Und von Vorteil wäre ebenfalls, wenn wir diese Folge zu Ende bringen... Wow, aber das Gesicht sieht noch cool aus. Was auch immer. Das Gesicht? Das Gesicht, ja, ja. Zu Zeichen noch im Gesicht. Aha. So. Augen. Augen. Indianayana. Indianayana. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.